Spielsender. Nein. Winamp. Ah ne, hardcore Techno muss nicht sein. Na gut, gerade ist eher Jomsai. Wie gesagt, ich bin so Dragon Force. Dragon Force wäre ich am allerliebsten. Ich kenne nur Dragon Ball. Links. Hi. Alter, willst du mich verarschen? Wenn ich jetzt irgendjemanden Totalschaden habe, ich hau mich so um. So, hier muss ich doch irgendwo sein. Ja, ich gehe geradeaus mal zum Aussichtsdienstbums. Hi. Wie war das Jumpstyle? Hi. 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 Oh Gott, geil. Geil. Hi. Ah, direkt bei mir. Sehr schön. Gut hingeportet, gut geschätzt. hihihi ja ich naja ok ich war ein bisschen total daneben 400 Meter boah Jaws Grand Canyon oder wat Moment, ah nicht schon wieder ein Überschlag ich will mein Geld langsamer sicher behalten ach fickt euch Überschlag dä kleiner Pisser Stein du ich komme demnächst wieder mit meiner Spitzhacke Tü 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 das geht ja quer durchs Feld wieder mal kann ich da ziemlich nah ran oder hier nicht der ist ja total scheiße hui 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 noch drei Kilometer hoi Wuppel Bäm total schaden fuck hihihi 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 nicht weggemacht toll kann man sich jetzt mal einkriegen ich musste zwar wahrscheinlich in die andere Richtung aber dann nämlich jetzt vielleicht diese scheiß Sehenswürdigkeiten ich stehe doch schon daneben muss ich echt das Ding berühren wo war das andere was du gesagt hast wo ist das andere du hast gesagt zwei ach da ist noch eins genau und setzen das ist ein Klassiker was Karimenge kommt ich weiß nicht was das gerade für ein Scheiß ist mit dem Wegpunkt auch meiner ist wieder weg okay das nervt schon ein bisschen würde ich mal behaupten ja 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 immerhin super war noch nicht jetzt Miet bis 16 ist das für eine Wegmarkierung die Schicklichkeit die Assozialistien und wissen selber da das meine das ist Ja, ja, ich meine, wird mir ja wieder mal nicht angezeigt. Das Lied ist so cool. Sag mal, fährst du überhaupt noch oder machst du einfach nur Bluttreise, 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 Bluttreise? Ne, wieso? Ja, ich fahr doch. Warum? Was? Wie? Oh, fuck. So shit. Äh, jo. Okay, das ist jetzt kein Total Schaden, wo du mich so ein bisschen. Oder, das wäre jetzt eher ein total Schaden gewesen. So, das kann ja dann eigentlich nur noch da sein, ich glaube, zweimal. Weil da, da habe ich echt keinen Bock, dass ich da auch hochfahre. Ja. Bis man da einen Weg findet, ist es schon... Ja, bis... 16 von 20. Hm. So, da oben wäre dann noch eins, dafür gehe ich auch gleich hin. So, da fehlen, ja. Denn da ist... Ja, genau. Ne, keine Ahnung. Ich gehe da hin, wo, äh, ne, ging es ist, ne, äh, äh, aber wie heißt das denn jetzt? Wie heißt denn das Aussichtspunkt? Ne, nicht Aussichtspunkt. Sehenswürdigkeit. Danke. Ja, da ist alles Autos und auch, äh, welcher Ort das ich habe, weiß ich jetzt nicht hingeguckt. Na, total fair. Aber ich glaube, du fährst zu einem anderen, wie ich, denn meiner ist nur noch 4 Kilometer entfernt. Ja, ich bin da. Also... Ja, da bist du gerade bei einem anderen, wie ich. Tum, 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 nein. Oh, ich habe mich gerade durch zwei schmale Palmen gedrängt. Tum, 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 tum. Oh. Geweck, geweck, geweck. Warte mal. Allt, so fertig. Äh, so, bist du denn? Ach, da. Hilf, Sauneräusch? Na dann. Du, 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 du das habe ich doch die ganze Zeit die Aline als Sünder und verschwiesen haben wir uns noch nicht über die Uhr was? Ah ja, wenn ich hier mal da hinkomme. Jawohl. Noch drei Stück. Gleich da. Ich habe gar ne gute Linie gefunden, sich die Kacke hindurch. Ich muss gerne mal lenken. So, was hast du gesagt? Santa Fe war noch eins oder was? Ja, von hier aus gesehen rechts oben. Mehr oder weniger. Also ein stückel weiter rechts oben. Da wo halt Santa Fe steht. Die Ortschaft, Santa Fe? Also Stadt an hier, Halbstadt, Kleinstadt, wie immer. Da ist auch ne Aussichtspunkt. Und das Ding haben wir auch schon freigeschalten. Da oben ist eins ganz oben. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's gar nicht. Hä? Vielleicht hatte ich schon keine Ahnung. Das könnte dann sein, Karne. Betrete. Aber das mit den Sehenswürdigkeiten geht trotzdem recht flott. Ja. Der längste und nervigste Teil wird halt das mit glatt. Nee. Weil, dann kann man's. Ja, ich denke schon, weil ein Fahrfehler bist du ja schon so gut wie gearscht. Ja gut. Wenn du so siehst dann ja. Ja. Hast du da auch noch mal ein Auto-Teil oder was? Da wo ich jetzt hin war? Ja. Ja, klar. Ah, okay. Dann hast du also doch noch nicht. Wir fehlen nur noch. Wir fehlen gerade drei Stück, deswegen. Jupp, 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 jupp. Aber der Aussichtspunkt war gut. Aber der Aussichtspunkt war gut. Das Ding da, ja, hab ich schon. Äh. Das Ding hat ich nicht gefragt gehabt, ob du das schon hast. Dann such mal ein Ja. Aber dann hast du wahrscheinlich das Ehrensein-Tafé. Das kommt dann hin. Oh, du scheiß Bulle. Ey, was ist denn das gerade für ein geiler Witz? Nein, 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 nein. Oh, du bist am meisten gesinkt. Hier, nehme ich mich fest. Jaja, ist... Du hältst mich gar nicht auf, ich mach dich kaputt. Ey, Leute, ich will das Auto teilen. Fört auf, ne? Kannst du auch die Strafe zahlen, geh dir auch? Äh, nee. Nee, nee. Das klappt doch mal. Ich hab schon drei Sterne, scheiß die Wand an. Hatte ich auch, zum Schluss. 20 Sekunden lang soll ich jetzt von euch abhauen, oder was? Ja. Tut mir leid, ihr Pullereien. Oh, ne, da ist ja Wasser, scheiße. Bin weg. Ach, da wo dein Wegpunkt ist, ist das Auto, oder was? Äh, müsste jetzt circa, ja, kommt hin. Achso, nee, ich hab's ja gleich. Toll. Ja, ich hab's. Wo ich da jetzt mal grad die Pullen ram, ne, die du so schön hinten dran gelegen hast. Nein, ist nicht. Kannst du nicht zu mich porten, ich hab's. Bin nur C da. Oh, hallo Wasser. Oh, nein, 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 nein. Oh, da unten, da unten, zu dem nächsten Auto Teil kann ich mich ziemlich nah ran porten. Nein, 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 nein. Das heißt징lich nahe, also ich kann mich ran porten. Äh, Hände? Jo, ganz drum. ich hab's nur noch eins ist der nächste anport wo bist du auch da unten ich hoffe ich bin doch im richtigen moment so kurz weil genau zu dir kann ich nicht so ja ich muss gerade erst mal gucken wo das letzte teil ist bei mir ist es einfach das war jetzt hier darum mitten auf dem berg hier hier natürlich hat es nicht angenommen man bleibt das ding jetzt da drin so und da jetzt kann ich jetzt schon weg oder ja ich wollte mich jetzt einfach mal dahin das wird schon so ich weiß nicht wo ich mich jetzt gerade hingeportet habe irgendwo ja geil natürlich ist es bei mir jetzt wieder weg man das nervt bei mir aber auch so wie deine als auch meiner ist weg gut dann das ist natürlich auch eine möglichkeit ja sogar sehr effektiv schnell ja gut normalerweise werde ich jetzt schon ganz gerne gefahren aber wenn das jetzt sowieso erst mal das letzte teil ist ja ja genau bei mir zurück zum hq na dann das ist ja genau bei mir zurück zum hrn ja genau bei mir auch nur springen kling Müll sammler Münster mal gucken wie das teile aussieht passt ich will aber immer noch den hotpot kann man sich schon mal antun ja weil die da so richtig geil sein gerade im gelände und so scheiße ich wort warum fahr ich jetzt schon mit dem weil jetzt bin ich gerade im gelände mit dem aber habe natürlich noch kein teil aber im gelände ja ja kann man nehmen muss nicht aber kann man jetzt gehe ich aber wieder auf meine karte was machen wir jetzt ich gucke mal gerade was ihr was hier mein lambo kosten würde wenn ich gerade schon hier im rumstehen hauptquartier was willst du jetzt noch mit dem lambo ordentlich welchen lambo haben will pups malzeit da ist ja so geht das ist heute nicht vermeidbar mit dem so brennen wo ist er denn ja wo ist er denn man nein 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 das ist ja lustig das war schon ziemlich erfolgreich nur durch durch neue statten und so und scheiß habe ich heute locker sieben trophäen da bekommen ja 549.000 au ok abbruch das geht hier gar nicht mit dem mit der karte straße performance rallye gelände so 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 Ich mache gerade irgendeinen komischen Ideallinien-Test. Alter, der Wacki ist geil. Der rutscht ja fast gar nicht hier. Geil. So. Teile in Zaku schicken. Wie jetzt das war? Die zwei Fraktions? Ne, da ist es noch einställig. Ach so, stimmt. Wir wollten ja noch die zwei Fraktionsränder zum Beispiel machen. Ja. Aber wartet noch einen ganz kleinen Moment, bitte. Also ich fahr hier gerade im Kreis. Oh Leute, geht weg! Warum müssen andere Spieler immer das machen, was ich gerade mache? Korn, weil sie es können. Oh, du Pässer! Den habe ich jetzt aber auch versaut. Schon wieder nur Silber wegen dem Penner. Dafür stelle ich mich jetzt genau in den Weg rein. Äh, nein, nein, nein. Ich bin mal kurz AFK. Ja, komm schon, fahr doch. Der will gerade seinen Ideallinientest machen und ich stehe genau davor. Weißt du, wie du mir so ist, mein Freund. Ich bin da gerade zwei Leute daran, den Ideallinientest zu machen. Weiii! Oh. Also. Bei dem einen Ding, bei der Sehenswürdigkeiten-Tour, ne, die dauert über eine Stunde. Ist doch geil. Wo ist denn das überhaupt? Warte mal. Gelände auf 740. Ach, das muss man wohl in einer gewissen Zeit schaffen, oder was? Nimm deinen schnellsten Geländewagen für eine epische Rundtour durch die USA, vor Bayern Sehenswürdigkeiten und Legitären Orten. Wo ist denn das? Ähm, direkt bei Las Vegas über dem A von Vegas. Das sind zwei Fraktionsmissionen und eine der die obersten Sehenswürdigkeiten-Tour. Ach da! Ne, da steht bei mir 4 St, ah ne, dauert, ah, 4 St, was heißt denn das? Sehenswürdigkeiten-Tour gibt es 4 St. Sehenswürdigkeiten-Tour gibt es 4 St. Sehenswürdigkeiten. Ach so, okay. Ist doch geil. Pio, also Gelände hätte ich in dem Fall. Ja, ich auch. Ne. Und dann hätten wir auch gleich noch die Trophy mit, äh, von wegen 24 Stunden zusammen spielen. Also so roundabout. Kann sein, dass dann auch nochmal eine Stunde fehlt, aber ist doch egal, können wir doch machen. Ja, aber da vorne lieber eine Rauchen gehen, sich das halbe, weil ich weiß nicht, wie schnell die wirklich vorbei ist. Ja, würde ich auch machen, weil wenn das wirklich eine Stunde dauert oder 50 Minuten. Eigentlich nicht, die Dauer ist eigentlich nur meistens so ein Dorf ausgelegt hier, wenn du die Geister hinschickst. Ach so, aber es kann ja trotzdem sein, dass es eine halbe Stunde oder so geht. Die dauert auch lang, ja. Weil du fährst du einmal komplett rundum, weil mit der Sehenswürdigkeiten-Tour schältst. Normalerweise ja auch, wenn du gleich im Koop fährst, wie wir beide jetzt, ne. Die Trophäe frei von wegen fahren nach Ost nach West. Okay. Also quer durch die USA. Aber weißt du, was mir noch mehr gefällt? Die Belohnung. 176.000. Ja. Und 3.300 für die Fraktion. Ich kann dir mal, da kann ich dich jetzt schon mal vorwarnen. Es kann passieren, dass ich dann irgendwann diese teuerste Karre haben werde, weil ich gerade sehe, dass ich das ja mit den Fraktionen richtig lot. Ach. Was denkst du, wieso ich die ganze Zeit die Freunde da einschick? Ich kann dir nur dich schicken. Ja. Ich kann auch nur ungefähr 40-50. Ja, du Arsch. Wie gesagt, weil du hast den Nachteil, ich nehme nicht jeden an und die, wo ich annehme, die haben natürlich genau diese Spiele nicht. So, ich muss jetzt noch ganz kurz gucken, wo ist mein zweites, wo ist mein Headset-Kabel, weil es kann passieren, dass während der Runde dann mein Headset ausgeht. Und das wollen wir ja nicht. So, dass die dich da ist. Ja gut, dann lass uns eine rauchen gehen und dann würde ich trotzdem sagen, wir machen das, ne? Gut, das ist... Gut, das ist... Gut. Gut.